Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Alex. Wir sind in Begleitung unseres Kumpels Duras, der uns jetzt schon sehr gut leiden kann, da wir ihm geholfen haben und auch noch helfen werden, den Mord an einem Berserker aufzuklären. Ein Federvieh! Danke! Äh, ja, was wollte ich sagen? Ich wollte dieses Gebäude da erkunden. Ich hoffe, wir werden nicht sterben bei dem Versuch. Das schaut nämlich höchst interessant aus. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was das sein soll. Oh. Oh. 200 Erfahrungspunkte. Oh. Alps! Oh je. Oh oh. Was habe ich getan? Bin ich bescheuert? Duras! Was habe ich getan? Spin ich? Alter, ich spin. Was habe ich getan? Das wollt ihr nicht? Jawohl, den ersten Hammer. Boah. Boah, Gott sei Dank, haben wir Duras mit. Ich sag euch was, Leidens. Uh. Uff. Nichts hier weg. Alter, Verwalter und Schwede. Tja. Und zwar der Haxt macht überhaupt kein Damage. Alter. Boah. Jawohl, das ist sehr gut. Super, 500 Erfahrungspunkte. Aha. Ich meine, mir war schon bewusst, dass das hier was hochmodernes sein muss. Dass es höchstwahrscheinlich von den Alps und so besetzt ist. Aber ich habe jetzt nicht damit reinged, dass wir gegen die kämpfen müssen. Ich dachte, wir können die irgendwie gut ausweichen, wenn sowas uns in die Quere kommt. Ja. Da habe ich falsch gedacht. Was ist das da unten? Ist das ein Schrotthaufen? Ich habe keine Ahnung. Habe ich gespeichert? Ich will nochmal speichern. Ich bin gerade so nervös. Ähm, ja. So nervös. Okay. Jetzt gespeichert haben wir. Puh, also ohne Duras, ey. Ich werde nie mehr ohne irgendwo hingehen. Nie mehr. Der wird jetzt auf ewig an unserer Seite bleiben. Was bist du für ein Ding? Das ist ein Roboter. Das hält mich jetzt... Oh, mein Gott. Das hält mich jetzt gerade irgendwie an Xenoblade. Ich wollte gerade sagen, du tut nichts. Ich wollte gerade einsteigen. Jesus, Mutter. Ja, ja. Ähm. Haben wir so einen Raketenwerfer? Ich habe gedacht, der steht jetzt still, ne? Der hat jetzt überhaupt nichts gemacht. Ich dachte, dann können wir ihn jetzt benutzen oder so, ne? Nicht wirklich. Also, na, das ist ungesund. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich hier schon überhaupt sein sollte. Es schaut irgendwie nicht danach aus. Ah, eine Riesenratte. Kranke Riesenratte. Äh, Pestratte. Ich treffe super. Das ist ein Wahnsinn, wie ich treten kann. Zack, 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 zack. Hin ist sie. So, habe ich die Waffe eingesteckt? No. Äh, nein. Ich will sie looten. Danke. Okay. Aha, da ist ein Eingang. Halt die dran mit der Schuh gar nicht mehr rein, ey. Boah. Du, elendiges. Saufig. So, hin ist sie. Puh, ich esse mal ein Stück Fleisch. Diese Magnesiumfackel hätte ich gern. Irgendwas knurrt da schon wieder. Ein toter Wühler. Das ist aber auch nicht gut, oder? Elexit. Noch ein toter Wühler. Wir brauchen mal einen Magnesiumfackel. Ich mag das nicht, wenn da was knurrt. Clean Bot. Kann man den auch zusammenhauen? Tatsächlich. Metallschrott und Elektorschrottgipper. Aha. Da haben wir eine Truhe. Machtwelle. Da knurrt irgendwas. Das ist so ungut, wenn das knurrt. Ring der Härte. Ah ja, den Ring der Lebenskraft hat vergessen anzuziehen. Over. Muss ich gleich machen. Ring, ähm, genau. Ring der Härte. Werte 400. Äh, Elexit ist er wert. Maximale Gesundheit plus 20. Maximale Ausdauer plus 10. Erhöht deutlich die Lebenskraft und die Ausdauer. Das ist, ich liebe den Ring. Ähm. Elektroschrott und Elexitgipper. Nehmen wir alles mit. Boah, ich liebe das schon. Ich muss es nur mal anziehen. So. Also Inventar. Da oben geht es schon wieder ab. Die Post. Warte, ich tue schon wieder was verkehrt. Ausrüstung. Also Finger. Härte. Und Lebenskraft. Ähm. Maximale Gesundheit plus 10. Ich würde sagen, wir ziehen den mal an. Kann man beide. Aha, man kann nur einen. Das ist aber jetzt nicht nett. Dann nehmen wir halt den. Hat der Knurrt was. Das ist aber nicht mein Magen, gell? Ein Schalter zum Betätigen. Ich bin mir jetzt sicher, ob das so gesund ist. Ähm. Da ist noch ein Wühler. Das nehmen wir auch mit. Da haben wir nochmal, ich glaube, Metallschrott. Na, Machtwelle war das. Okay. Ich habe keine Ahnung, was eine Machtwelle ist. Das sollte man jetzt in den Da schauen. Was zum Henke ist eine Machtwelle? Magie. Machtwelle. Zauberspruch. Aha. Wert 60 Elixit. Schaden 80. Radius 5 Meter. Abklingzeit 40 Sekunden. Verbrauchbarer Alpzauber der Machtwelle. Aha. Okay. Da haben wir noch Elixit. Da sollte auch noch Elixit sein. Da ist noch ein Heiltrank. Da ist auch noch ein Elix. Ein reines Elix sogar. Dann würde ich sagen, wir probieren es mal, oder? Keine Ahnung, wo das hinführt. Ich habe Angst. Hallo. Ein bedrohlicher Wühler. Sehr gut. Erledigt. Aha. Das ist sogar eine Quest. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir doch gleich mal, oder? Wir haben die Quest wahrscheinlich noch nicht, aber... Maschinenteile brauchen wir auch. Gut. Aber das soll uns jetzt nicht unbedingt jubeln. Da war ich meine Magnesiumfackel hingeschmissen. Da ist so finster. Ich glaube, die ist vor... Ah, da ist sie. Komm her, Magnesiumfackel. So, ist gut. Da sehen wir wenigstens was. Nochmal Machtwelle. Da bin ich froh, dass du das mit bist. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Da ist nichts. Schön in die Ecken schauen. Weil oft liegt da irgendwas. So wie hier das Elixit, wo das Viech gerade gestorben ist, hätte ich fast nicht gesehen. Zum Glück leuchtet das schön blau. Das ist nämlich irgendwie ein magisches Erz. So, nächstes Stockwerk. Level up. Na, Spaß. Ähm, so. Das hört sich wieder sehr ungesund an. Und es kommt schon. Wusch. Jetzt reicht's mir. Ja, du, oder? Jawohl. Auch ausgerottet. Gehen wir auch mit. Warte, ich geh die Fackel wiederholen. Dass man auch was sehen kann. Na, netten Schalter. Ich will die Fackel haben. Danke. So. Also, Maschinenteile. Dann haben wir hier Elixit. Energiezelle. Aha. Mana-Trank. Dann noch mehr Elixit. Und die Fackel ist aus. Ich nehm sofort ne neue. So. Was haben wir denn hier? Machtstoß. Machtwelle. Dann hier. Stoß mit dieser riesengroße Kiste. Ist aber nix dahinter. Dann würde ich sagen, wir müssen hier weiter. Okay. Aha. Oh oh. Was kommt jetzt? Wird geladen. Spannung steigt. Was ist das? Eine Erinnerung? Das ist unheimlich. Gratulation. Die Kampfkolosse abwarten zu lassen und sie erst in den letzten Zügen der Schlacht einzusetzen, hat dem Feind das Genick gebrochen. Ein strategisch perfekt gelungener Feldzug. Wir müssen trotzdem weiter wachsam bleiben. Noch einmal werden sie nicht darauf hereinfallen. Der Sieg ist jedenfalls ganz allein dein Verdienst. Sehr zum Unwillen der anderen Commander und der Elixitoren, würde ich vermuten. Stärke, Logik und Effektivität sind unser höchstes Gut und Beitrag zum Erhalt unseres Volkes. Ein aufstrebender junger Offizier hat am Anfang seiner Karriere sehr viele Hürden zu nehmen. Nicht selten gegen seine eigenen Männer. Und du bist unglaublich schnell sehr stark geworden. Also halte dir stets den Rücken frei. Ich werde das Gefühl nicht los, dass irgendjemand im Eispalast meine Havarie und meine Exekution geplant hat. Ja, das wollte ich gerade sagen. Hä, hinter uns? Na, hinter uns kann nichts sein. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Da ist ja Dreck am Stecken. Dann war da jemand eifersüchtig. Ja, grüße dich. Du bist fisch. Du darfst wieder übernehmen. Oder auch nicht. Sehr gut. Den Hammer auch schon. Sehr, sehr gut. Halte dir den Rücken frei. Ja, das ist... Das sind wahre Worte. Aha, da kann man nicht durch. Das schaut aus, als wenn das so eine Art Glas wäre. Kleiner Heiltrank. Kralle. Elektroschrott. Bitte aufheben. Ja, perfekt. Fein magst du das. Sehr gut. Was haben wir da? Anleitung. Aha. Kleiner Energiespeicher erhalten. Super. Also die Anleitung dazu. Das ist super. Da freuen wir uns. Lala. Lala. So. Wieder bedrohliche Musik. Da ist glaube ich irgendwann noch so ein Fisch. Ich sollte mal wieder speichern. Ihr habt es vollkommen recht. Wie spannend, ey. Das ist voll ein Rückblick. Also eine Sichtweise aus unserer Vergangenheit. Also super. Und wir sind definitiv verarscht worden von dem einen, der uns umgebracht hat. Der hätte uns gar nicht töten sollen oder dürfen. Wir haben quasi alles richtig gemacht. Darf ich dich looten? Du grausiges Viech. Bitte. Na, darf ich nicht. Wieso nicht? Vielleicht auch nicht. Bäh. Darf ich da rein? Verschlossen. Aha, die sind kaputt. Vielleicht finden wir hier einen Eintrag, der mir hilft. Machtstoß. Hier reinzukommen. Das wird mir jetzt... Was war denn das jetzt gerade? Das würde mich nämlich sehr freuen. Elektroschrott. Ich schaue mich mal ein bisschen besser um. Vielleicht finden wir da wirklich was. Ich sollte vielleicht auch mal die Bauanleitung lesen. Vielleicht ist da wieder so eine Notiz hingekritzelt. Wie wir es ja schon einmal in diesem Tagebuch da hatten. Schauen wir doch gleich mal, oder? Also Machtstoß hat man auch noch nicht. Das ist auch wieder ein Zauberspruch. Verbrauchbarer Alpzauber des Machtstoßes. Hat ein bisschen mehr Schaden als die Machtwelle. Ist eine Nahkampfattacke. Also Zauberspruch, dingens, ne? Sprengrakete. Explodiert beim Aufprall. Weißt du, was du nicht sagst. Bolzen und Energiezelle. Die hat man auch noch nicht, oder? Energiequelle für alle Laserwaffen. Ach so. Natürlich, die müssen ja auch mit etwas betrieben werden, ne? Mächtiger Heiltrank. Heilt vollständig alle Verletzungen. Gut, da müssen wir uns sehr aufsparen. Starke Energiespeicher. Ist ein Trank. Gibt 120 Energie. Voraussetzung Kleriker Stufe 1. Füllt die mentale Energie wieder stark auf. Okay. Energiespeicher, bla bla bla. Ja, das ist alles Grafel-Elex-Paket. Ach du Heiliges, habe ich vergessen abzugeben. Stimmt, genau. Das war das gestohlene, ähm, das gestohlene Elixit-Dingens. Gefühlschaos. Wie konnte ich nur in eine solche Situation geraten? Das erste Mal in meinem Leben muss ich erfahren, was es heißt, Gefühle zu entwickeln. Es ist die Hölle. Besonders eine Sache will mir nicht mehr aus dem Kopf. Warum hat Kallax mich hinrichten lassen? War es wirklich nur mein Versagen oder steckt noch mehr dahinter? Ich brauche Antworten. Jo, wir brauchen Antworten. Auf der Lauer, auf der Mauer. Ja, die Quest machen wir dann als nächstes. Wenn wir das hier mal überstanden haben, weil jetzt bin ich so gespannt auf das Ganze hier, dass ich gar nicht weg will im Moment. Genau, das Arselfleisch, richtig zubereitet, eine richtige Spezialität. Ja, das kennen wir schon, ne? Das kennen wir schon sehr gut. Anleitung, kleiner Energiespeicher. Damit kann man einen Energiespeicher herstellen, der die mentale Energie wieder leicht auffüllt. Da braucht man Chemie dazu, Schwerverbrochen und Elektroschrott. Exitpaket. Keine Ahnung, warum das leuchtet. Ich habe da alles. Wir haben da keinen Hinweis noch, ne? Welchen Code wir da nutzen können. Da gibt es einfach zu viele Möglichkeiten. Da ist sicher irgendwo was versteckt. Das traue ich mich schon wetten. Ich würde sagen, wenn wir den Aufzug weiter nach oben fahren, werden wir vielleicht was erfahren tun. Weil versteckt ist hier, glaube ich, nichts, ne? Irgendein Hinweis. Na, wahrscheinlich dann ein bisschen später. Fahren wir einfach mal ein Stück weiter nach oben. Das geht sich noch aus in dem Part. So, zügt man gleich die Waffe wieder. Da wächst schon wieder was. Ach, dieser Duras. Was war das jetzt gerade? Hoffentlich keine Bombe. Aha. Exit und Machtstoß. Und unser armer Duras wird schon wieder angehauen. So, stark. Sehr gut. Bedrohlicher Schleimdrakon. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber es hört sich ungesund an. Und ich bin mir sicher, wir werden es herausfinden. Goldbrocken und Heiltrank. Und ich suche immer noch vergeblich nach einem Zettel oder einem Buch, wo nach Möglichkeit der Code drin steht für die untere Tür. Aha, den machen wir doch kaputt. Du brauchst sie nichts mehr putzen. Das bringt sie nichts. Starker Elex-Trank. Aha. Da geht es weiter. Das spare ich mir noch. Lali lalala. Lali lalala. Da ist nichts versteckt. Doch hier, wie wunderbar. Dararara. Metall. Äh, Metall. Genau, Maschinenteuer. Maschinenteuer. Ah, da geht es noch weiter rauf. Okay, ich habe irgendwie Angst, wenn ich da jetzt reingehe. Okay, es brennt nur rot. Es ist nichts Tödliches, da weiter mal. Elexit-Poetel. Ein großer noch dazu. Drücken. Objektsicht. Ja. Miep. 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 Okay. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Rauf, runter, links oder rechts? Ich würde mal sagen, wir schauen uns mal, da wir in diesem Stockwerk gerade sind. Schauen wir uns mal da ein bisschen um, wobei es wäre vielleicht schlauer, zuerst raufzufahren. Fahren wir vielleicht noch ein Stück rauf, wenn es geht. Wenn er uns lässt, weil wir müssen eh wieder runter, sobald wir den Boot haben. Achso, der fährt nunmehr runter. Okay, das habe ich nicht gewusst. Das heißt, wir sind schon oben drum. Fahren wir wieder rauf und gehen den Gang weiter. Ich dachte, das geht noch ein Stück weiter rauf. Das war nicht richtig. Hoppala. Also, wir müssen, wenn ich jetzt den Gang nochmal anfinden würde, genau, hier, da lang. Halt. Eine Energiezelle, die nehmen wir doch gerne mit. Aha, ich glaube, das ist es schon, gell? Duras? Ja. Du darfst. Oh Gott. Jawohl. Was ist das für ein Viech? Das schaut ja ekelhaft aus. War das mal ein Mensch? Der hat ja einen Menschenkopf. Okay, der war so viel zu bedrohlich. Danke, Duras. Das war jetzt aber flott. Machtstoß haben wir hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe schon den Code übersehen. Was mir gar nicht gefallen würde. Was haben wir jetzt eigentlich alles bekommen? Das geht so schnell oft, das ist gar nicht mitgekriegt. Hier haben wir nichts Neues. Okay, das ist schlecht irgendwie. Der starke, der starke Elix-Trank reichert den Organismus mit Elixit an. Was haben wir hier bekommen? Da, Objektsicht. Verbrauchbarer Alpzauber der Objektsicht. Gegenstand erspüren. Gegenstand erspüren. Ob das hier wichtig ist? Könnte man meinen, ne? Schauen wir mal hier hin. Oh, hey, da sitzt jemand. Falk. Oh je, ist das ein... Moment. Ist das der Kerl von unserer Erinnerung? Wir müssen den Part beenden. Das wird jetzt... Das ist das Thema für den nächsten Part. Wer ist denn das? So, wir sperren. Und beenden auch den Part. Ihr Lieben, das war es wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!